Ich grüße euch von Asentitus und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich ausnahmsweise mal nicht alles um Dead by Daylight. Heute möchte ich mit euch eine kleine Geschmacksverkostung vornehmen. Und zwar habe ich mir Gunnergy geholt. Das ist das Energy von Montana Black oder Onkel Monte, so nenne ich ihn ganz gerne. Das gab es erstmal lange Zeit gar nicht hier bei uns in der Nähe. Ich wohne ja etwas ländlicher, also kleinstadtmäßig. Und Gunnergy gab es erstmal gar nicht. Wo das so gehypt war, wo es frisch rauskam, ich habe es absolut gar nicht bekommen. Aber überhaupt gar nicht. Ich habe also wirklich alles versucht, geguckt, gemacht. Das gab es hier bei mir nicht. Jetzt gibt es das aber bei mir auch hier im Rewe, also vor Ort tatsächlich. Ich muss gar nicht weit fahren. Und deswegen dachte ich mir, ich wollte es immer mal probieren. Ich nehme das für euch auf, weil es ist das erste Mal, dass ich Gunnergy probiere. Also einen völlig neuen Geschmack erlebe quasi. Da dürft ihr gerne mit daran teilhaben. Und ich habe mir auch alle drei Sorten gekauft. Wir haben also hier einmal den blauen Gunnergy. Dann haben wir hier den gelben Gunnergy. Und wir haben den roten Gunnergy. Also alle drei Sorten sind am Start. Und ich werde auch alle drei probieren. Bevor ich die aber probiere, ich habe halt viele Videos oder Clips auch schon gesehen, wo das damals rausgekommen ist. Viele haben gesagt, ja, schmeckt gar nicht, ist öh und hast du nicht gesehen. Und das fand ich halt auch dem Monte gegenüber nicht fair. Meine Geschmäcker sind alle verschieden. Das ist auch gut so, dass wir einen anderen Geschmack haben. Aber viele dieser Clips, die ich gesehen habe, die wirkten halt eher so, ja, lass das kaufen. Und einfach haten und schlecht machen, weil wir Gunn Monte nicht. So kamen viele dieser Dinger rüber. Und deswegen habe ich mir gedacht, du musst das unbedingt mal selber probieren. Du musst das selber probieren. Du musst dir eine eigene Meinung bilden. Und ich bin ja auch, gerade was Geschmack angeht, ich bin ja gelernter Koch. Ich habe also einen etwas geschulten Geschmack. Und ich kenne mich auch mit Lebensmitteln und deren Zutaten gedöhnt ein bisschen aus, ja. Es gibt nämlich so ein paar Sachen, das wissen so viele Leute gar nicht. Ich sage mal so die Casuals, ja, in diesem Bereich. Und ob das hier in Deutschland gar nicht gäbe, es betrifft hauptsächlich Gerichte. Ich denke mal, aber auch bei Getränken wird das halt so der Fall sein. Und zwar, ich nenne euch mal ein Beispiel aus meiner Branche. Es gibt Erbsen-Möhren-Gemüse oder Möhren-Erbsen-Gemüse. Das sind zwei verschiedene Gerichte. Und zwar die Sache oder die Zutat, die als erstes genannt wird, die muss quasi, ja, ich will nicht sagen dominant sein. Aber die, man muss, ne, das, danach muss es halt hauptsächlich schmecken. Und dann das, was als zweites, drittes, viertes kommt, das sind so die Unterstützer quasi, ne. Also die Nacharomen etc. Und bei meinem Beispiel ist es zum Beispiel sogar auch der Optik geschuldet. Das heißt zum Beispiel ein Erbsen-Möhren-Gemüse muss mehr Erbsen als Möhren enthalten. Und umgekehrt mehr Möhren als Erbsen. Und das wird natürlich auch bei Getränken so sein. Deswegen, ich habe halt auch schon viele gesehen, die haben zum Beispiel den blauen Gönnergy probiert. Und hier steht drauf, das ist der Blueberry-Kokosnuss-Geschmack. Und viele haben halt gehatet, oder ich habe ein, zwei Shorts oder TikToks gesehen, da wurde halt gehatet. Ja, schmeckt ja gar nicht nach Kokosnuss. Die haben sich halt was ganz anderes darunter vorgestellt. Aber da steht da drauf, es ist Blaubeere-Kokosnuss. Das heißt, Blaubeere ist so der Hauptgeschmack und Kokosnuss der Unterstützer. Und viele verstehen das halt nicht. Und ich hatte halt auch das Gefühl, viele haben deswegen das Gönnergy schlechter bewertet, wie es glaube ich eigentlich ist. Ja, und ja, soviel erstmal zum Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit der Verkostung. Und zwar fangen wir an mit dem roten Gönnergy. Da hatte ich das Gefühl, der war generell so ein bisschen unbeliebter. Auch bei den Leuten, die das sehr gut bewertet hatten, das Gönnergy. Ja, das ist Raspberry Cheesecake. Und richtiger Cheesecake bin ich absoluter Fan von. Also wirklich, Cheesecake ist geiler Scheiß. Wovon ich aber kein Fan bin, das sind so Sachen, es gibt ja mittlerweile viele Süßigkeiten, die so dieses Cheesecake imitieren wollen, diesen Geschmack. Und das, das schmeckt mir einfach gar nicht. Also muss man, also diese ganzen Süßigkeiten, was es gibt, Kekse, Plätzchen, ich habe schon Sahnebonbons gesehen mit dem Geschmack. Ja, also ich bin gespannt, wie also der Gönnergy schmeckt, ja. Schauen wir ihn mal auf. Er riecht auf jeden Fall sehr gut. Muss man sagen, er riecht lecker. Oh ja. Ich finde, den gar nicht mal so schlecht. Man schmeckt, also Raspberry kommt auf jeden Fall gut. Der Cheesecake kommt so ein bisschen hinten dran, ja. Wie ich vorhin erklärt habe, der Cheesecake ist hier so, oh der Unterstützer, aber er kommt so als Nachgeschmack schön. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Könnte jetzt nicht meine Lieblingssorte davon werden, aber, äh, wenn, ich sag mal, wenn ich einen vom Einkaufen, meine Frau kauft meistens einen, wenn die jetzt zum Beispiel einen roten mitbringen würde, würde ich halt dann auch trinken, ne. Also so ist jetzt nicht der, ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Aber er ist halt eher so, nicht meine Lieblingssorte, glaube ich. Dann machen wir weiter mit dem blauen Energy. Gunnergy, sorry. So, der blaue Gunnergy, habe ich eben schon als Beispiel gehabt, das ist der Blueberry Kokosnuss. Äh, Kokosnuss, ähm, bin ich auch eigentlich, also bei Getränken bin ich da ein Fan von. Äh, ich trinke ja in meiner Freizeit auch selber oder auch on Stream, on Video immer, ja, manchmal Energy. Meistens trinke ich immer diese, ähm, ich weiß gar nicht, von Rockstar, die gibt es aber auch von Monster. Äh, bei Monster heißen die zum Beispiel El Mango und sowas, also diese Juicy-Sorten trinke ich gerne. Und da gibt es auch eine Sorte mit Kokosnuss, glaube ich, und die ist richtig geil. Ähm, ja, bei Süßigkeiten Kokosnuss Bounty mag ich absolut gar nicht. Und ich bin gespannt, wie der blaue Gunnergy schmecken wird. Ja, dann machen wir den mal auf. Ja. Und der riecht aber auch schon, man riecht die Blaubeere, also richtig krass. Blaubeere kommt richtig gut. Okay, probieren wir das Schätzchen mal. Ja, da muss ich sagen, da hat mir tatsächlich der rote, der rote ein bisschen besser gefallen. Ja, also vom Geruch her, man merkt, also Blueberry ist, man macht die Dose auf, da kommt schon richtig dieser Blaubeeregeruch. Aber, ich finde, die Blaubeere ist, äh, ich meine, die soll, natürlich ist der Blaubeere Kokosnuss, habe ich vorhin erklärt. Blaubeere ist so der dominante Part. Ähm, aber Kokosnuss. Ah, doch so, ganz leicht am Ende schmeckt man's. Ähm, aber ich finde, glaube ich, den roten, ich habe den roten ja noch hier, nochmal kurz den roten probieren. Ja, den roten finde ich besser wie den blauen. Also der blaue ist bei mir quasi Platz 3. Ja, definitiv. Also der blaue ist Platz 3, der rote ist jetzt auf Platz 2. Aber auch da, würde ich sagen, wenn er mir mitgebracht werden würde, würde ich ihn trotzdem trinken. Und jetzt kommen wir zum, äh, gelben Gönnergy. Das ist Tropical Exotic. Und, ähm, ich hoffe, der hält auch, was er verspricht. Wie gesagt, ich habe eben von El Mango und so gesprochen, von den Sorten von Monster und Rockstar. Diese Juicy Sorten trinke ich sehr gerne. Und, wenn der so schmeckt, wie diese Juicy Sorten, wäre richtig geil. Denn diese Juicy Sorten, äh, die sind, wie gesagt, meine absoluten Favorites. Okay, machen wir also den gelben Gönnergy auf. Boah, der duftet richtig gut. Das scha... Ah. Oh ja. Hm, der riecht so ein bisschen wie... Aber wenn ich das rieche, dann muss ich so ein bisschen an Nimm 2 denken. An diese Bonbons. So riecht das. An diese Nimm 2 Fruchtbonbons. Nicht diese... Also nicht diese Kugeln, diese Kaubonbons, sondern wirklich diese Oldschool Bonbons zum Lutschen. Oh ja, so riecht das, ey. Okay. Cheers, ne? Guck mal, wie er schmeckt. Oh ja. Oh, ja, ja, der ist geil. Hm. Der trifft genau diese, diese Juicy Sorten, die ich so mag. Also von Rockstar und Monster. Dieser, der gelbe Gönnergy, der kickt genau da rein. Genau diese, das ist genau das, Leute. Genau das. Und dieser Geruch, wenn ich da an Rieche, dann denke ich sofort an diesen Nimm 2 Bonbons, an meiner Kindheit. Ja, also, Wahnsinn. Wow, der schmeckt richtig geil. Gelbe Gönnergy, richtig geil. Also. Gelber Gönnergy, mein Platz 1, ja. Dieses Tropical Exotic. Ja, diese... Dieser Duft nach Nimm 2, also... Richtig, richtig geil. Was ich auch noch gar nicht erwähnt hatte, die sind alle zuckerfrei, was für mich auch sehr, sehr gut ist. Ich liebe zuckerfreie Energies, ja. Gut, diese Juicy Sorten von Monster und Rockstar sind eben nicht zuckerfrei. Oh. Aber, ähm... Ja, jetzt habe ich auch gelber Gönnergy. Jetzt mein neuer Lieblingsdrink, würde ich sagen. Also, der gelbe Gönnergy Platz 1, auf jeden Fall Platz 1. Der zweite Platz geht an den roten Gönnergy, der, der, äh, Raspberry Cheesecake. Der ist... Der ist auch sehr lecker, wie ich finde. Ja, und Platz 3 ist bei mir dann wohl der blaue Gönnergy, also Blueberry Kokosnuss. Ähm... Schmecken, also, die schmecken alle drei nicht schlecht. Aber, halt am allerbesten schmeckt mir der gelbe, dann kommt der rote und zum Schluss der blaue. Ja, das ist so mein Fazit, auf jeden Fall. Ansonsten, das sind alles sehr, sehr leckere Energies, dafür, dass sie alle zuckerfrei sind. Ja, also wirklich, wirklich insane, was Monte da für uns gezaubert hat. Und... Ich habe jetzt einen neuen Lieblings-Energy für die Streams und für die Videos, ja. Der gelbe Gönnergy. Und... Was soll ich euch sagen, Leute? Habt ihr schon mal Gönnergy probiert? Habt ihr es... Äh... Noch nicht geschafft zu kaufen, so wie ich? Äh... Kommt es jetzt auch erst bei euch in die Nähe? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr es schon probiert habt, hat es euch geschmeckt. Was sind eure Favoriten? Das würde ich, äh, auf jeden Fall wissen. Und vielleicht haben wir sogar Glück und Onkel Monte reagiert auf mein Video. Das würde mich auch interessieren, was er zu meiner Meinung sagt. Und da würde ich sagen, meine lieben Freunde des Antitors, danke, dass ihr dieses Video geguckt habt. Es ist ein bisschen anders wie die anderen. Aber, ähm... Ich hatte einfach Bock drauf. Ja, wo ich die Gönnergy gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, jetzt... Komm, musst du probieren und auch gleich, äh... Musst ein Video machen, musst was mit den Leuten teilen, was du davon hältst. Und, ja... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir hören sie uns an dem nächsten Dead by Daylight Video. Bis dann und schau, liebe Freunde des Antitors.